Mit einem alten Wienerlied von Pink Floyd. Das ist ja die Wenigsten, dass Pink Floyd, wie sie angefangen haben, ein Schrammelquartett geworden hat. Nein, nein. Woran merkt man das, dass die Wienerisch sehr wienerisch sind? Sieben-Ochtel. Aber fast. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, eins, zwei, ein Sieben-Ochtel-Takt. Und das heißt, sie wollen schon verdammt noch einen Liter. Und es ist bislang wirklich nur dem Wiener gelungen, mit einem Dreiviertel-Takt einen Liter rauszureißen. Das ist, der Wiener Wolzer ist ein Liter mit drei Vierteln. Das ist, wie das geht, das ist Magie. Das ist, wie das geht, das ist Magie. 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 Das ist Magie-Ochtel-Takt. Das ist Magie. und all die Mieten, und wenn ich kann so, bleib ich daheim bei meinem Weiberl und Realität. Nur ein Geld, nur ein Geld ist, du schickst dich oft ein Böd, wo man's auch nicht fressen kann umso leicht ein Frimason. In der Gassel an den Fisch schmierst eine Reine über dich ein Champagner noch dazu und auch drei Mies in der Frohe. Aber mit dem nächsten Lied möchte ich wirklich vielleicht diejenigen, die sehr sensibel sind, sollte ich jetzt wirklich nicht hören, weil das ist ein sehr trauriges Lied. Aber ich hab das so geplant, psychologisch, weil ich mir gedacht hab, da seid ihr dann so fertig mit den Nerven, da denkt sie ich geb den 16er mein letztes Gehörschloß. Weil es einfach, das trifft mich zu sehr. Dieser traurige Zustand. Ich glaub, ich glaub mir, ich hab da die wird 120 Jahre Ob ich die Erbschaft oder leb ich's nicht ganz klar. Sie hat die Tausender im Sog und ich kenn's gebrauch'n. Ring schon in Schuhe, hab nix zum tschechen, nix zum Rauch'n. Sie lebt bescheiden, unsere Tante Melodie. Und die Verwandschaft wird schon lang auf die Marie. Es ist eine Ungerechtigkeit auf der Welt. Die Tante lacht nicht, die Tante trinkt nicht, die hat kein Hammer, die hat nur ein Geld. Und es ist das, was sonst auf der Welt so für die Augen geht. Ja. Wir werfen Dürfen zu